Die Schlacht von Talavera de la Rheina fand auf dem Marsch nach Madrid der Nationalisten während des Spanischen Bürgerkriegs am 3. September 1936 statt und war der letzte Versuch der republikanischen Regierung, den verrückenden Truppen Frankos den Weg nach Madrid bei Talavera de la Rheina zu versperren. Vorgeschichte Bereits am 31. August konnten die Nationalisten die Stadt Toraropesa ca. 20 km westlich von Talavera de la Rheina einnehmen. In den ersten Tagen des Septembers 1936 kam es nach der Einnahme der Stadt Toraropesa zur Schlacht in der Sierra Guadalupe. Hierbei wurden die republikanischen Truppen geschlagen und zogen sich nun in befestigte Stellungen in den Anhöhen oberhalb von Talavera zurück. General Riquelm versuchte mit dem kommunistischen Milizführer Juan Modesto zu vermeiden, dass seine republikanischen Truppen den Nationalisten wieder auf offenem Gelände entgegentreten mussten. Er zog etwa 10.000 Mann in Talavera de la Rheina zusammen und eine große Anzahl Artilleriegeschütze und ein Panzerzug standen ihm zur Verfügung. Die Schlacht Die Nationalisten waren in der Zwischenzeit pausenlos mehrere hundert Kilometer vorgestoßen. General Jagui nutzte die Gunst der Stunde und teilte seine Truppen in zwei Spaten. Er befahl seinen beiden Truppenkommandanten Oberst Asensio und Major Castichon gleichzeitig Flankenstellungen der Republikaner in den Anhöhen Talavera de la Rheina anzugreifen. Am 2. September 1936 erreichten die Nationalisten die Stadt Talavera de la Rheina. Den nationalistischen Truppen gelang es rasch den Flugplatz und Bahnhof zu erobern. Gegen Mittag begann der Angriff der Nationalisten auf das Stadtzentrum. Nach einigen kleineren Straßengefechten gelang es ihnen am frühen Nachmittag Talavera de la Rheina einzunehmen. Zum wiederholten Mal flüchteten die republikanischen Milizen vor dem Feind, im Wissen, dass ihnen bei Gefangennahme die Todesstrafe drohte. Als am Abend der Unterstaatssekretär im Matrider Kriegsministerium Hernández Sarabia in Talavera de la Rheina anrief, meldete sich ein marokkanischer Legionär. Folgen. Der Angriff forderte etwa 1000 Verwundete und Tote auf nationalistischer Seite und etwa 500 auf republikanischer Seite. Die Republikaner verloren auch 42 Artilleriegeschütze. Das Truppenkontingent von General Jagui war nach der Schlacht von Talavera de la Rheina zu geschwächt, die Offensive auf Madrid fortsetzen. Für die Republikaner bedeutete diese Niederlage, dass ihre Stellungen in den Anhöhen Talavera de la Rheina zur Verteidigung Madrids durchbrochen wurden. Bereits nach zwei Monaten erreichten die Nationalisten über die Tiefimne des Tachos die westlichen Vororte von Madrid.